Hallo meine Lieben, ich bin super aufgeregt. Ich weiß, das ist vielleicht eigentlich gar nicht mein Thema. Zumindest gehört es eigentlich nicht in meine Beauty-Lifestyle-Reihe rein. Aber mein bester Freund bringt ein Album raus am 12.06. Und ich bin mega stolz auf ihn. Nicht nur ich promote ihn, sondern auch Silla. Das Video werde ich euch am Ende dieses Videos verlinken, beziehungsweise werde ich euch einfügen, damit ihr mal sehen könnt, was Silla zu dem Ganzen gesagt hat. Denn auch Silla ist auf diesem Album vertreten. Mein Freund heißt Solvo. Verschiedene Musikarten, deswegen hört unbedingt mal bei ihm rein. Er macht super tolle Musik. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr seid am 12.06. dabei und hört euch sein Album an. Ihr könnt es auf den verschiedensten Plattformen downloaden. Ich werde euch natürlich alles unten in der Infobox verlinken, sobald es soweit sein sollte. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video von Silla und vergesst nicht, 12.06. Solvo SLV. Ich freue mich tierisch. Jo Leute, was geht ab? Silla, der Killer hier aus dem Cockpit in der Lab bei meinem Mann Solvo. SLV, sein Album, bald erhältlich. 12. Juni, checkt das auf jeden Fall ab. Streamt es bei Napster, bei Spotify, holt euch das Ding bei iTunes. Wir haben den Song fliegen gemacht. Alles vorbei. SLV, Solvo. Peace.